Ich sagte keine Rebellion hier. Und damit erlernt sie... Oh! Juhu, Junge, die Rassen, aber hier richtig von links nach rechts rüber und eine Geschwindigkeit sage und schreibe. Also mit einer Geschwindigkeit von zig km h. Schreiten sie von rechts nach links rüber. Ja, Leute, wir gibt es neue Bericht und zwar mal ein bisschen wie er wird aus der Zeitung habe ich schon lange nicht mehr... Kannst du mal bitte ruhig. Ich habe nämlich mein Tommy, der ist nämlich da. Und der macht Krawall. Ich bitte etwas um Ruhe, um Zurückhaltung, weil ich den Zuschauern hier etwas präsentieren möchte, was ich habe schon lange nicht mal gemacht. So, Leute, was gibt es neue Rund um Fürstenwalder, denn da bin ich sesshafte, liebe Leute, nicht nur ich, sondern auch Fürstenwalderer, die hier direkt wohnen. In der Tourismusinformationen, neudig. Da gibt es mal ganz leckere mitunter. Also mitunter ist ein schleckere, aber mitunter ist es da und zwar. Da gibt es für 10,90 Euro ein besonderes Geschenk. Und zwar Schokolade. Ganz kleine Täfelchen und da präsentiert sich Fürstenwalder drauf. Ja, das sind so wie mit dem Dom. Ist da wohl mit bei... Der Leuchtturm ist damit bei... Der Dom sagt sich und Bischofsschloss ist mit bei... Die Spreebrücke ist mit auch mit bei. Und zwar wird euch gerne ein Bild präsentieren, dadurch aber nicht, weil ich den höchsterständigen Urheberrechts den Verstoß und das wollen wir ja hier nicht machen. Das würde heißen, dass mein Video, was ich hier jetzt mache, unverzüglich aus YouTube entfernt wird. Was gibt es noch mal so Neues zu berichten aus der Zeitung, liebe Leute? Eigentlich nichts weiter. Ich wollte euch einfach nur noch mal hiermit alles Gute für die vorweihnachtliche Weihnachtszeit wünschen. Nächste Woche ist bereits Heiligenabend. Ja, und der Weihnachtsmann, der wird wieder durch Sämtlir, Kamine runterplumpsen, sich die Mase brechen, entspricht die Nase brechen. Ich weiß, ich mache Fehler, aber Fehler sind auch dazu da, um dass man diese wieder korrigiert. Ich sagte keine Rebellion hier, wenn ich jetzt ein Video mache komme. Ja, das wollte ich euch nur noch mal wünschen. Wir haben eine gute Weihnachtszeit und dazwischen kommt ja noch was ganz besonders und zwar ist ein Highlight von mir. Ich habe noch hier Mondstag, dann kommt das Silvester und dann ist es ja wieder vorbei. Und dann wollen wir uns auf nächstes Jahr. In diesem Sinne, Leute, ich wollte mal gucken, ob ich hier noch ein bisschen was andere gibt, als nur wie das hier, als wie das andere. Und was wirklich andere hier war, Projekte für mehr Musik in Schulen. Okay, kann man machen, möchte man aber nicht sehen. Berichte und Gedichte. Ja, ich kann Gedicht. Lieber Jutta Weihnachtsbahn, schau mich nicht so böse an. Steckt deine Rute ein. Ich möchte immerartig sein. Eu, eu, eu. So, auf der Seite des Widerstandes interessiert kein Spanien. Wir haben hier keinen Widerstand zu machen. Wir sind die besten Menschen ever. Und Leute, wie gesagt, ich wünsche euch in diesem Sinne alles Gute und wurde mal wieder Zeit für einen Zeitungs-Club von mir an euch. Und in diesem Sinne alles Gute und wir sehen uns bald und wieder.